Servus! Willkommen zu einem neuen Gemüse-Russee. EDS2 auf meinem Kanal. Wie immer, haufe Leute, geht ein Gewaltgut. Hier fahren wir jetzt noch die 140 Kilometer zu Ende. Und dann werde ich die oben wieder 48 runterladen und installieren. Guck mal. Oh. Ein Lidlbitts da auch. Mir hat auch gefallen, dass da bei der Tür die Schale und die Mauer durchzimmert. Weil das in den Spiegel drin. Wäre egal. Aber alle Reisen sind Bock. Der Bruder, Frau Zinn. Der Bruder, Frau Zinn. that was fürs Körper. Der Br qualify, die Br administrative. Dort deciding was. Der Bruder, Frau Zinn! Es sollte keinen Colou rate. Das war's. Aber hier ist es auch besser. Ich bin auch gerade zurückgekommen. Aber hier, mit dem Wagen, mit dem Sportwagen, mit dem Führer und dem Führer und dem Führer. Aber das ist wirklich so gut. Und das war mir nicht wirklich sehr gut. Aber ich bin immer noch nicht mehr gewohnt, und ich habe auch die Ideen gemacht. Ich hatte das Gefühl, mit meinem Schlaf. und das war die Gummelschreie, die Gummelschreie war. Und das war die Gummelschreie. Und das war die Gummelschreie. Wenn er seine Geburt verblühten kann, weil er dir mein Gewünscht ist, dass ich dir so sehr gut liegegeist. Weil da ist auch immer verbraucht, liegegeist. Sollte Einbühten ein paar Jahre, wenn er ein Knie hier verletzt, kann er nicht mehr verletzt werden. Der Wagen kann es ein bisschen weiterentwickeln. Aber ich kann es nicht mehr verletzieren. Aber das ist nicht mehr verletzieren. Aber ich kann es nicht mehr verletzieren. Aber ich kann es nicht mehr verletzieren, weil ich nicht mehr verletzieren kann. Der Lauf der 38er Beendigung der 1929, dieser wird noch funktionieren. Und dann kommen wir uns auf den Quark wieder machen, bis wir dann gleich, bis wir uns zwei nehmen, und wir können mit diesem Bock fahren. Ein bisschen auf Axel gehen. Dann haben wir dagegen gesuchtet, die Serie. Aber irgendwie machen wir uns. Wir wollen ja die ersten drei Stammeln. Gut, und danach war es im Raum. Aber wie seht ihr das? Das ist die erste Stammeln. Den electe 1. Denen sind die Stammeln. Denen sind die Stammeln. Wenn sie sie wieder sehen, Ich bin ein Mensch, ich bin ein Mensch, ich bin ein Mensch. Das ist ein Mensch. Ich schätze mich. Es ist so, dass du den M-B-E-B-E-E-E-N-D-E-E-N-H-E-B-E-N-E-E-E. Es ist nur ein Mühe, dass du dich bist. Also, hier sind die Erkischung, die sich nicht zu sehen. Ich bin hier mit der M-E-E-E-N-E-N-E-E-N-E. Ich bin der Nielkantum und der Tod. Aber ich bin der Nielkantum. Ich bin der Nielkantum. Ich bin der Nielkantum. Ich bin der Nachtuhr. Ja, macht immer Spaß. Aber wir haben sehr oft Guren in der Nacht gefahren. Das macht so viel. Ich weiß, man soll sich gucken. Das hat gar so schön gepasst. Ich bin der Nielkantum. Also beim Kreisel. Da bin ich immer mit einer Art auf diesen Kreisel drauf. Oder auf die einzelne Seite bitte. Geht das bei einem Risschenkrieg auch so? Ich bin der Nielkantum. Ich bin der Nielkantum. Das ist ja... Ich bin der Nielkantum. Ich bin der Nielkantum. die Wollen wir mal hier selber abgeben. Ich habe das Gefühl, dass ich das hier nicht verstanden habe. Ich habe das Gefühl, dass ich das hier nicht verstanden habe. wieder WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Okay, wenn er das so mag, er hätte auch ein Gras auf ihm können, aber wieder ausgeseichnet gefahren. Cool. Dann haben wir bald neue Schleife, wobei englisch haben wir dann alles gewusst. Dann verabschiedet mich jetzt. Bleibt gesund, passt aufs Aufheberhalt und genießt den schönen Tag, weil es da wieder warm werden. Zumindest wurde er wieder auf den Weg genommen und aufnehmen. Und dann sage ich mal, bis dann. Ciao.